Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder europäisch lösen. Und das sind meine Gäste. Frauke Petry, die Parteivorsitzende der AfD. Und Volker Beck, der innenpolitische Sprecher der Grünen. Herzlich willkommen bei Phoenix. Dankeschön. Frau Petry, in Sachsen haben wir in den letzten Tagen einige erschreckende Szenen erlebt. Da haben entfesselte Flüchtlingsgegner einen Bus mit Flüchtlingen blockiert und belagert. Das war in Klausnitz. Und in Bautzen, da brannte ein Flüchtlingsheim. Und Zuschauer haben dabei applaudiert. Wie bewerten Sie solche Szenen? Keine von diesen Szenen sollte uns unbesorgt lassen. Im Gegenteil. Wir sind der Meinung, dass politischer Protest notwendig ist. Aber nicht gegen Personen, die nach Deutschland einreisen. Sondern gegen diejenigen, die die Art von Migrationspolitik verantworten. Und das ist zuallererst die Bundesregierung. Das haben wir in Sachsen, in meinem Landesverband immer so gehalten. Und deswegen ärgert es mich besonders, dass so etwas in Sachsen passiert. Noch zumal, wenn eigene Mitglieder beteiligt sind. Allerdings stelle ich auch fest, dass rund um die Diskussion wieder Gerüchte, die Runde machen, noch nicht bewiesen sind. Und deswegen wünsche ich mir vor allem eine faire Aufarbeitung. Eine schnelle Aufarbeitung. Die sind wir allen Bürgern Sachsens und Deutschlands schuldig. Welche Gerüchte sprechen Sie da jetzt an? Naja, es gibt die Gerüchte, dass AfD mit denen das organisiert haben. Was nicht bestätigt werden konnte bisher. Was ich auch scharf zurückweise. Ich möchte auch im Fall Bautzens, dass es wirklich schnell geklärt wird, warum dieses Haus gebrannt hat. Es ist ein stadtbekanntes Hotel. Ich wünsche mir bei all diesen Vorfällen, dass wir so lange die Unschuldsvermutung gelten lassen für alle. Bis die Vorfälle geklärt sind. Und wir erleben leider in den Medien sehr schnell, dass eine Vorverurteilung stattfindet. Das ist nicht richtig. Also selbstverständlich weiß man nicht, wer dieses Hotel in Bautzen angezündet hat. Aber man weiß, dass die Leute, die davor standen, geklatscht haben. Und das hat mich wirklich schockiert. Dass wenn Häuser brennen, wo Menschen drin wohnen, Leute sich davor stellen und klatschen und die Feuerwehr behindern. Und daran gibt es nichts zu deuteln. Und das ist ein Zustand, da dachte ich eigentlich, das hätten wir in Deutschland überwunden. Dass wir alle Respekt vor dem menschlichen Leben, Respekt vor dem anderen haben. Und das wird natürlich durch die Diskussion über die Flüchtlinge, so wie sie von der AfD geführt wird, so wie sie von der Pegida geführt wird, so wie sie von der NPD geführt wird, infrage gestellt, dass Flüchtlinge ihr Recht haben, auf Schutz, auf ihr menschliches Leben. Und dass man sie einfach meint, so angreifen zu dürfen. Und das müssen wir alle gemeinsam zurückweisen. Wir haben keine Flüchtlingskrise, wie Sie in der anderen Moderation gesagt haben. Sachsen hat gezeigt, wir haben eine Demokratiekrise. Sie wissen das besser. Denn wir haben eine Migrationskrise. Korrekt, wir haben keine Flüchtlingskrise. Nein, wir haben eine humanitäre Katastrophe in Syrien. Ich glaube, wir hatten vorher ein paar Regeln ausgemacht, an die halten wir uns bitte. Und es ist in der Tat so, dass wir darüber reden müssen, wie wir mit demokratischer Beteiligung umgehen. Und da mag es ja politische Unterschiede geben. Und da mögen sich Grüne und AfD nicht einig sein. Damit müssen wir, glaube ich, als verschiedene Parteipolitiker leben. Aber zu sagen, dass wir eine Demokratiekrise haben, weil es unterschiedliche Meinungen gibt, das weise ich stark zurück. Und wir haben eine verfehlte Asylpolitik. Wir haben eine verfehlte Migrationspolitik. Und wir haben keine Trennung zwischen Asyl- und Einwanderungsrecht. Und die Probleme, die wir in 2015 und 2016 haben, die haben auch Mitarbeiter deutscher Behörden schon lange vorher gesehen, dass das die Regierung ignoriert und nicht bearbeitet hat, führt zu den aktuellen Zuständen. Und das, was wir dann auf der Straße sehen, sind keine schönen Symptome, aber es sind Symptome und nicht die Ursache. Ach, die Leute sind nicht verantwortlich, was sie tun. Sie sind nur ein unschuldiges Symptom. Das würde ich anders sehen, Frau Petit. Nein, tut mir leid. Wir wollen uns an die Regeln erinnern. Es tut mir leid. Das Problem, was wir haben, ist ein Bürgerkrieg in Syrien, wo Millionen von Menschen nach Jordanien, in den Libanon, in die Türkei und einige wenige, eine Million oder 600.000, nach Deutschland gekommen sind. Die große Mehrzahl der Flüchtlinge sind entweder intern in Syrien vertrieben oder in den Anrainerstaaten. Und wenn wir das Flüchtlingsproblem lösen wollen, dann müssen wir die Situation der Flüchtlinge dort lösen. Wir müssen Jordanien helfen, dass es nicht implodiert. Sonst reden wir über Millionen von Flüchtlingen. Wir müssen darüber reden, dass der Libanon nicht implodiert. Und wir müssen auch die Türkei unterstützen bei der Aufnahme von Flüchtlingen, ohne uns zum Komplizen des Erdogan-Regimes zu machen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Ereignisse von Klausnitz und von Bautzen. Frau Petry, der Vorwurf steht im Raum. Das hat Herr Beck jetzt gerade auch noch mal angedeutet, dass die AfD im Allgemeinen und Sie ganz persönlich durch das, wie Sie argumentieren, durch verbale Verschärfungen, durch verbale Grenzüberschreitungen dazu beitragen, dass Ereignisse wie die in Klausnitz oder Bautzen vorkommen. Ja, schauen Sie, das ist eine beliebte Taktik in der Politik, den Überbringer der schlechten Nachricht zur Ursache des Problems zu machen. Das ist zu einfach und das wissen auch die Grünen inzwischen besser. In der Tat haben wir, das habe ich gerade schon gesagt, seit Jahren eine nicht vorhandene Debatte über eine Asylpolitik, die zu diesen Zuständen führt. Die AfD war bereits 2013 diejenige Partei, die eine Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht gefordert hat, um diese Probleme gar nicht erst wachsen zu lassen. Diese Debatte ist mit dem Hinweis darauf, dass wir alle Ausländer und Fremdenfeinde sind, lange verzögert worden. Jetzt müssen wir sie führen, jetzt führen wir sie Gott sei Dank auch und sehen ja, dass im politischen Spektrum gerade bei anderen großen Volksparteien Bewegung in die Debatte kommt. Insofern weise ich diese Behauptung ganz klar zurück und glaube, um das abschließen zu dürfen, dass wir alle, und da nehme ich die AfD nicht aus, verbal abrüsten müssen. Aber dazu gehört als allererstes Eingeständnis, dass wir als demokratische Kräfte miteinander reden müssen. Und dazu gehört, dass man dem politischen Gegner nicht ungerechtfertigt Etiketten anhängt. Ich könnte den Grünen auch Etiketten anhängen, die die Grünen stark zurückweisen würden. Gleiches erwarte ich in unserer Behandlung. Dann möchte ich aber, dass wir jetzt einen genauen Blick werfen auf die Äußerung, die Ihnen in den letzten Tagen immer wieder vorgehalten worden ist. Das war Ihre Äußerung über den Schusswaffengebrauch von Flüchtlingen. Wir haben das mal verschriftlicht, dass wir wissen, worüber wir da reden. Und wir können das jetzt einblenden. Da sind Sie gefragt worden in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen, was man denn machen soll, wenn ein Flüchtling über einen Zaun klettert. Ich lese das jetzt mal vor, die Frage des Mannheimer Morgen. Dann noch mal, wie soll ein Grenzpolizist in diesem Fall reagieren? Dann Ihre Antwort. Er muss den illegalen Grenzübertritt verhindern, notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz. Dann fragt der Mannheimer Morgen nach. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, das einen Schießbefehl an den Grenzen enthält. Und dann antworten Sie. Ich habe das Wort Schießbefehl nicht benutzt. Kein Polizist will auf einen Flüchtling schießen. Ich will das auch nicht, aber zu Ultima Ratio gehört der Einsatz von Waffengewalt. Entscheidend ist, dass wir es so weit nicht kommen lassen und über Abkommen mit Österreich und Kontrollen an EU-Außengrenzen den Flüchtlingszustoßstrom brempfen. Frau Petry, wenn Sie den Waffeneinsatz gegen Flüchtlinge ausschließen, warum bringen Sie ihn dann überhaupt ins Spiel? Naja, Sie haben ja den ersten Teil des Interviews jetzt weggelassen, indem man versucht hat, genau auf diese Frage hinzuführen. Wenn Sie den weglassen, wie Sie es gerade getan haben, dann haben Sie all die anderen Äußerungen, die ich dazu betätigt habe, ausgelassen. Also jeder, der es möchte, kann das ganze Interview auf der Homepage des Mannheimer Morgens anschauen. Das, was ich hier vorgelesen habe, ist nicht gekürzt. Ich frage nochmal, wenn Sie das ausschließen, warum bringen Sie überhaupt einen Waffeneinsatz ins Gespräch? Also noch einmal, ich bin gefragt worden, welche Grenzsicherungsmaßnahmen es gibt und ich habe alle Grenzsicherungsmaßnahmen aufgezählt und zwar in epischer Breite. Und es wurde versucht, sich allein diese Frage rauszupicken und ich habe Passagen aus dem Gesetz über die Anwendung des unmittelbaren Zwangs zitiert und mehrfach dazu gesagt, dass das nichts ist, was wir wollen. Das aber ein politisches Signal der Kanzlerin als Erste wäre, was wir brauchen, nämlich die Aussage, die sie bisher nicht getätigt hat, dass Deutschland und Europa nicht unbegrenzt aufnahmefähig sind. Und wenn es in Deutschland ein politischer Tabubruch ist, die geltende Rechtslage zu zitieren, dann haben wir in der Tat, da bin ich mit Ihnen einig, eine Demokratiekrise. Gut, jetzt haben Sie das gesagt, jetzt ist Herr Beck dran. Also man muss Gesetze auch lesen können. Gesetze unterscheiden sich von Zeitungsartikeln, dass sie in einem rechtlichen Kontext stehen, einmal in einem Gesetz insgesamt, zum anderen sind sie einfaches Recht gegenüber dem Verfassungsrecht, das höher stehend ist. Und deshalb muss natürlich bei der Auslegung wie eines Gesetzes über den unmittelbaren Zwang von der Verfassung, vom Verhältnismäßigkeitsprinzip her ausgedacht werden. So lernt das jeder Polizist und so lernt das jeder, der an der Grenze seinen Dienst versieht. Und deshalb käme niemand auf die Schnapse, wie Sie, zu meinen, dieses Gesetz deckt das Schießen auf Flüchtlinge ab. Das deckt als Ultima Ratio, in der Tat, das Schießen auf einen Geiselnehmer ab, der ansonsten das Leben der Geiseln oder der eingesetzten Sicherheitskräfte gefährdet. Aber niemals wegen der Lappalie eines illegalen oder legalen Grenzübertritts. Das ist einfach Recht statt, ja, am Ende ein Flüchtling, das ist internationales Völkerrecht, Frau Petry, wenn ein Flüchtling die Grenze übertritt, unabhängig davon, dass im Strafgesetzbuch steht, dass das strafbar ist, ist der Flüchtling immer straffrei. Sobald sein Flüchtlingsstatus feststeht oder er zum Zwecke der Asylantragstellung die Grenze übertreten hat, illegal, macht er sich zumindest nicht strafbar. Deshalb kann man sich darüber streiten, ob das überhaupt strafbar sein muss. Der Bund der Kriminalbeamten sagt, diesen Unsinn sollte man endlich mal beenden. Ich meine, die Kriminalbeamten haben da Recht. Vielleicht Sie, dass die Bundeskanzlerin... Frau Petry, noch ein Zitat von Ihnen vom Mittwoch letzter Woche. Vielleicht können wir das auch einblenden. Da sagen Sie zur Regierungserklärung der Kanzlerin, Die Regierungserklärung der Kanzlerin ist Ausdruck grenzenloser Arroganz und Regierungsunfähigkeit und erinnert fatal an das Verhalten des veralteten ZK der SED im Jahr 1989. Warum vergleichen Sie das Verhalten der Kanzlerin mit der SED-Diktatur? Nun, weil Frau Merkel genau das Gegenteil vor dem tut, was sie tun müsste, Verantwortung für dieses Land in dieser Migrationskrise in einem europäischen Kontext zu übernehmen. Und das, obwohl europäische Partner nicht erst seit kurzem, seit langem darauf hinweisen, dass die deutsche Regierung hier eine völlig isolierte Politik betreibt. Das ist meiner Ansicht nach verantwortungslos, gerade wenn man immer darauf abzielt, dass Deutschland im europäischen Kontext handeln soll. Und das ist nicht nur mein Eindruck, das ist der Eindruck vieler Bürger, den ich da widerspiele. Das mögen Sie so sehen, das rechtfertigt aber doch keinen Vergleich mit Honecker. Vielleicht erklären Sie mir nicht, Herr Beck, wie man die Politik Honeckers zu bewerten hat. Ich bin im Gegensatz zu Ihnen in dem Land aufgewachsen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich würde gerne verstehen, was Sie mit diesem Vergleich bezwecken. Wollen Sie damit ausdrücken, dass die Herrschaft von Frau Merkel vergleichbar mit einer Diktatur ist? Nein, Sie haben mir nun gerade das Zitat vorgelesen. Ich habe gesagt, Ihre Handlungsweise mutet so an, nämlich erstarrt in einer politischen Strategie, die selbst ihr weiteres Umfeld nicht mehr nachvollziehen kann, indem sie selbst und inzwischen von Frau Klöckner, ihrer Wahlkämpferin und von Herrn Wolf offenbar nicht mehr verstanden wird. Es ist die bloße Disziplin, die offenbar die CDU an der Stelle noch zusammenhält. Frau Merkel steht allein mit ihrer Politik. Und das ist in der Tat fatal fürs Land, weil Land auf, Land ab und vor allen Dingen auch außerhalb Deutschlands diese Politik von niemandem mehr verstanden wird und die Deutschland nicht nützen wird. Herr Beck, Übertreibungen, Überspitzungen, die gehören ja zum politischen Alltag. Wo würden Sie denn die Grenze setzen? Die Grenzen setzen, die Strafgesetze. Ansonsten kann jeder sagen, was er will und muss dann halt für gerade stehen, wie er dafür kritisiert wird. Aber ich finde das auffällig, sowohl bei dieser Frage Schusswaffengebrauch als jetzt die Anspielung auf das SED-Regime. Setzt die AfD erstmal etwas in den Raum, um es danach zu relativieren, hat sie alles nicht so gemeint, dachte sogar in einem Fall, das sei gesetzlich gedeckt, wusste sie nicht Bescheid. Man blinkt einerseits ganz rechts, nimmt das ganze NPD-Reservoir mit und versucht dann in Fernsehsendungen, nett lächelnd, adrett angezogen, zu sagen, wir sind eigentlich gar nicht so schlimm, wir sind eigentlich bürgerlich. Uns könnt ihr ruhig wählen, wir sind nicht wie die NPD. Wir machen bloß die Signale an der Basis vor Ort oder in Interviews mal als Provokation, setzen wir an die Bevölkerung und dann nehmen wir es zurück. Und so verrohen und vergiften sie das politische Klima in dieser Republik. Und das müssen sie sich gefallen lassen, auch wenn sie das dürfen, dass man das entsprechend kritisiert. Vielen Dank.